Rund 37.400 Menschen arbeiten alleine in Hessen für die Lufthansa. Damit steht das Luftfahrtunternehmen wie schon vor fünf Jahren wieder unangefochten an der Spitze des Rankings. Mit deutlichem Abstand auf Platz 2 die REWE Group mit ihrem dichten Filialnetz und rund 29.000 Mitarbeitern in Hessen, gefolgt von der Deutschen Bahn AG, bei der in Hessen etwas über 25.000 Männer und Frauen in Lohn und Brot stehen. Wenn man den viertplatzierten, nämlich den Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport mit seinen etwas mehr als 20.000 Mitarbeitern auch noch dazu nimmt, wird schnell klar, das wirtschaftliche Herz Hessens schlägt eindeutig hier bei uns im Rhein-Main-Gebiet. Also es ist definitiv so, dass Südhessen, die Rhein-Main-Region, ist der Schrittmacher für Hessen. 75 Prozent der großen Unternehmen sind in dieser Region, aber insbesondere bei den Kleinen von den Großen, die finden wir dann auch in Mittelhessen und auch in Nordhessen. Also immerhin 25 Prozent der Großen in Hessen sind eher in diesem ländlichen Raum, also das sollte man nicht vernachlässigen. Weiteres Ergebnis der Studie, auch in naher Zukunft rechnen Hessens größte Unternehmen insgesamt mit stabilen Mitarbeiterzahlen. 85 Prozent planen demnach für das laufende Jahr mit einer unveränderten Beschäftigungssituation und immerhin 10 Prozent der beschäftigungsstärksten Unternehmen, zu denen etwa auch die Commerzbank, die Deutsche Telekom oder der Rüsselsheimer Autobauer Opel gehören, wollen ihren Mitarbeiterstamm in absehbarer Zeit sogar erweitern. Ein Jobabbau steht dagegen bei etwa fünf Prozent der Großunternehmen auf der Agenda. Die Rhein-Main-Region hat dabei wie immer einen Vorteil gegenüber den strukturschwächeren Gebieten, etwa in Nord- oder Osthessen. Und zwar die Sogwirkung des Frankfurter Flughafens und der Bankenmetropole Mainhetten auf Unternehmen aus aller Welt. Also die Internationalität gilt insbesondere für die Region Frankfurt-Rhein-Main. Das hängt mit dem Flughafen zusammen. Man kommt schnell rein, man kommt schnell raus und man hat es auch als Drehscheibe für den Rest von Europa und deswegen ist diese Region so international. Insgesamt arbeiteten im Jahr 2012 rund 489.000 Menschen, bei den 100 Mitarbeiter stärksten hessischen Unternehmen und somit etwa 15 Prozent aller hessischen Erwerbstätigen. Wer nun selbst mal nachschauen möchte, welche hessischen Unternehmen es noch in die Top 100 geschafft haben, kann das im Internet tun. Das komplette Ranking gibt es auch noch mal zum Herunterladen auf http//volkswirtschaft.helabar.de.